Model The Time is here. Es geht weiter. Ich wollte der am heftigsten geboostete Spieler der Welt sein. Mit Iron Aim Immortal kommen. Habe ich meine Handverletzung, das ist noch nicht so ganz wieder clean. Ich muss auch meine Sensor stellen und ich aim aus den Fingern, also es erwartet da nicht zu viel. Das ist echt noch bad. Ich möchte es aber immer noch schaffen, Immortal zu kommen. Jetzt gibt es nach Diamond und zwischen Immortal gibt es jetzt noch Ascendant. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger. Wir spielen mit Hylian, Camo, Romatra und Chef Strobel. Ja, und Immortal wird hart. Werde das Ganze gefällt? Ich würde jetzt wieder ein bisschen dauern, bis wir letztens wieder da hinkommen. Wir waren ja, ich stelle schon Pieper Diamond 2, ne? Ich mache jetzt erst mal meine 1-Rank-Games, die müssen wir jetzt über abreißen. Und wenn ich die gut spiele, dann müsste ich auch direkt wieder Diamond sein, glaube ich. Wo soll ich meine Granate hinwerfen? Gar nicht, du rennst dann noch mal im Dock hinterher. Warum hast du eine fucking Shorty, du Wichser? Shorty. War kaputt. Ja, guck deswegen. Ja, das war's. Einer drauf. Geht nicht. Wir können es nicht machen, wir können es nicht machen. Max hat komplett verfissen. Wieso ich denn? Weil du eine Shorty kaufst, Mann. Wollen wir rauf? Nice. Nice Spiel. Sauber. Noch eher tot. Ach, stinke, Chamber, Window und andere City. What the fuck? Tschüss, tschüss, bitte, wirst du nicht werfen. Horkat. Ich bin full flashed. Oh, ich fällte hier. Oh mein Gott, Chef Strobel, schreib was in den Chat. Was, das darfst du? Warum bist du gebannt? Null. Oh Mann, Alter. Du sollst nicht gebannt werden, du solltest was in den Chat schreiben. Die waren noch dümmer, als sie ausgesehen haben. Die haben schon echt dumm ausgesehen. Holy shit. Wieso kauft der hier immer so einen dick rein in der zweiten Runde? Jeder, wer nicht dick rein kommt in der zweiten Runde, ist ein Loser, Alter. Ja, dann bin ich ein Loser lieber. Einfach ein Loser. Schön den Dock geblockt, so mag ich das. Der ist oben drauf, auf der Kiste. Ja, also wer ist er denn? Hab einen, super. Schön, 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 Max. Hab auch noch einen. Oh, die ist lang. Jetzt da runter, Max, da runter. Ja? Ja! Und die Phantom, Max, für die Phantom. Oh, die Waffe da. Vorne, geradeaus, nicht sneaken. Geht zur Seite. Schön, schön, schön. Danke, Mann. Ey, ne meine, ne meine. Wendel. Ja, okay. Danke. Ich hab's gedacht, ich troll jetzt. Ja. Wenn die Smokes kommen? Ich glaube, einer ist die Close-Right. Ja, Smokes und die Cold. Kannst dich sehen. Backside. Der war Flash, oder? Tot. Warte, ich flashe nochmal. Noch nicht. Das ist Flash. Links, links, links im Call. Oh, Mess links. Bei einer Seven. Der Strohwe weint einfach. Mich smoke happen nochmal. Oh, clean. Boah. Ey, ohne Witz. Ihr denkt jetzt, Kamo hat die Runde gewonnen. Aber ich hab Kamo meine Wendel gegeben und er hat vier Kills gemacht damit. Sieh mir so auf der... Ich bin sauer. Ich bin gerade richtig sauer auf das Game. Oh, ich bin entdeckt worden. Der hat ja schon auf B drauf. Ich stand auf die Reihe mit Ul. Schießt der hin? Ja, schießt der links, schießt der links, schießt der links. Die da alle fahrt ihr weg. Nice. Ey, die sind hier spawnen. Nice, Max. Ey, das sind wichtige Kills auch. Max muss auf C gehen, die Bombe ist platziert. Schießt der? Schöne, Max. Schöne Runde. Hä? Sauber. Sauber. Kann es sein, dass deine Hände zu hoch ist. Ich muss so hoch spielen, weil mein Handgelenk ist kaputt. Das ist ja auf TikTok nämlich hochladen. Du hast nichts in der Kartoffel oder was? Meine Hand ist noch ganz, ganz, ganz falsch und ich soll kein Valorant spielen. Ich darf Chilly Draft spielen, aber kein League of Legends und Valorant. Man muss wieder alle fünf zählen. Man hält sich ja super dran. Ich spiele den ganzen League of Legends und Valorant. Oh, den Nate. Direkt den links rein. Man, ich spiele da rein? Nein! Hä? Wieso weiß ich es denn? Hinter uns, hinter uns in Heaven. Wo hinter uns? Long, 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 long. Hm. Ich schläge long. 1 AP. Vielleicht nicht 1 AP. Jetzt hat er gleich 1 AP. Nice. Oh, was? Oh, nice. Ich schulde. Der muss wenig AP gehabt haben. Ich hab den dreimal 3 Bullets gegeben. Alter, der hat City Guard glaube ich. Ja, ja. Kurz einer? Geh du kurz rein, Max, ja. Ja, bleib am besten. Ja, Alter. Wir haben noch nicht gewonnen. Oh, wie viel? 12 Damage hat sie. Das ist wohl wenig. Nice. Aber wichtig, die 12. Deswegen kommt zu. Das ist wirklich ein Schotztreffer, Alter. Ich hab dir zugeguckt. Bei mir sah es nicht so krass aus, was du gemacht hast. Wie treupten, Digga. Das war nicht schlecht, Digga. Übelst der Angriff. Ich hab gar nichts gesehen. Ich hab gar nicht zugeguckt. Planten. Digga, es steht Wunder. Die haben gebraucht. Das ist meine Wände. Hol den, Max. Schön. Da hast du die Wände, Max. Ich hole sie mir, ich hole sie mir. Ja, ja. Wer ist da? Der hat einen Marshall. Und kurz. Oh mein Gott. Warte eins. Eins. Hä? Und Max. Hä? Aber gut. Das war doch crispy clean. Digga. Er hat's einmal gut gemacht, dass er nach hinten läuft. Ich hab zwei übertriebene, ich sag's euch. Judge und Satchel steigert mehr Kills als Romatra, weil der feedet. Judge und Satchel sind... Das ist so dumm. Man gibt Max ein Kompliment. Dann hast du direkt den Nächsten, der einfach angreifen kann ohne Sinn. Das ist so. Ich nehm euer Kompliment und verwandelst einen Angriff gegen euch. Das ist nun auf A. Die sind drei A mindestens. Wo ist A? Schau mal, Liam. Schöner Kill. Fucking Spectral, Alter. Oh, Jimmy hat einen. Ich denke immer das... Ja. Nice. Die ist hinter Spots. Alter. Nice, CG. Ihr seid krass. Ihr seid krass. Ich hab's nicht gesehen, was sie geschrieben hat. Na guck doch. Was heißt das? Kill yourself. Ist verboten. Ich hab ihn geedit anstatt reported. Perfekt. Er hat der KY5 geschrieben. Dass wir uns selber umbringen sollen, schreibt sie. Ja. Er hat eine 5 geschrieben, weil wenn du KYS schreibst, ist das Insta Permaban. Echt? Also Insta. Digga, die waren alle Ascendant 2, hä? Der eine war Silber, der ATMF. Der arme. Jedes gute Team hat auch einen Trimax im Team. Ja, ich geh jetzt, ihr findet safe für einen, schnell. Echt? Was? Oh man, du spielst aber so toll Valorant immer. Kannst dich jetzt auch nicht überzeugen, Wux. Ach so, Digga, ich... Das ist Flash. Huch, huch. Soll ich ulten? Ey, boah, da ist ein Hund aus der Tür gekommen, ich schwöre. Ich bin One-End-Spiel. Das war ein Jump-Scare. Der ist unser Brimstorm, wieso schießt der mit einer Wurzel? Das ist Breach. Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Das ist ein One-Shot. Hä? Das ist gut. Die haben gestackt, ne? Die haben gestackt. Das ist kein gutes Zeichen. Was ist das? Oh, die gibt mir auch ein Headshot. Krach. Oben Stunt, oben Stunt. Echt. Wow. Nice. 2 gegen 4 könnt ihr schaffen. In the weak. 1 HP. Man down. Probe Last Man Standing. 20 Sub-Gifts von mir, wenn du es schaffst. Shish. 30 auf den Omen. Wieso läuft hier auch so dumm die ganze Zeit? Mano, warum bleibt es nicht einfach stehen und lässt sich von dir den Kopf schießen? Schön ist er. Oh mein Gott! What? Was hab ich schon gemacht mit dem? Max, geht er weg. Komm zu A. Hier durch. Genau. Warum geht der denn nicht über dich? Der war genau da, ja. Und jetzt einfach da runterlaufen. Mit dem Messer raus am besten sogar. Du bist gleich hinter ihm jetzt. Nice! So! Schön. Bruder, was hab ich denn grad gedrückt, Kilian? Er schreibt ha ha ha. Digga, das war so insane, Isa. Holy shit. Ich ult the side. Mach. Aftershock. Wir können die wegmachen, die ult. Lass rauskennen. Links Aftershock. Ich weiß nicht, das geht nicht, Bruder. Wie macht man Aftershock? Ich hab die Ulti. Ich hab die Ulti getötet. Roll down. Oh, ich hab einen guten Kill gemacht. Der war sick. Hast du das gehört, wie leise ich war? Ist top, ist top. Köpfchen. Ich schwöre, die sind so gut. Ich schwöre, die sind so gut. Er ultet das, Digga. Wie feinlich. Was? Du kannst das Aftershocken. Hinter die Wand, hinter die Wand. Nice. Rechts töten. Ich glaub, der war Kantinen. Ja, Kantinen, Kantinen, Kantinen. Ja. Genau da, links. Noch nie ein Aim-Duell gewonnen. So eine Scheiße. Das nervt mich jetzt. Du musst Kopf verdammt sein. Hab keine Angst, Digga. Zeig Eier. Nehmen wir einfach ab. Er ist hinter dir, links. Hinter dir, hinter dir, links. Am besten nur durch. Oh mein. Das wird ein Sieger-Hit. Ja. Nice try aber. Du musst hier auch treffen. Zu mir, zu mir. Zu mir, zu mir. Zu mir. Zu mir. Du musst von hier ulten. Hier straight. Okay. 3, 2, 1, go. Go, go, go. Flash in oben nochmal. Absolut full slow. Er steht da links in der Ecke, Mann. Ich kann nichts machen. Jungs. Was ist... Ja, was soll ich tun? Was zum Fick? Ach, Mann, Digga. Hab einen. Das ist noch Wende, bro. Bei der Ecke verliert sowas. Wenn ich in der Ecke kämpfe, bin ich immer tot. Aber du gewinnst auch schon, dass eh kein Aim-Duell. Nein, nein, nein. Okay. Ich bin da immer tot, immer. Aber der wusste auch 5 von 5 mal, wo ich bin. Das war ja hier. Ein bisschen weird. Ey, die Szene gab es 3 Mal schon, Schiffschrubel. 3 Mal, genau so. Mach Sound bitte. Links. Links. Nein, nein, nein. Jetzt kannst du nicht. Von wo? Einfach Main durchgelaufen. Ah, das ist echt... Das ist echt komisch, dass wir wussten. Ach so, alle sagen, er ist im Chat? Echt? Da hatte ich aber recht. 100% sicher. Mods einmal ganz schnell. Wir müssen uns echt Blackstream machen. Sky ist auf jeden Fall ein Streamsnipe. War der am Anfang echt im Chat? Alle sagen wir am Anfang im Chat. Doch, der smoked immer genau da, wo wir sind. Der hat auch einen Namen von dem 12. Aber nicht. Nein. Ja, wir können auf Defender noch gewinnen. Die haben ein richtig scheiß Line-Up zum Pushen. Okay. Einer plantet. Der ist in CT reingelaufen. CT wendet. CT wendet. Und einer side noch plantet. Ja, ey, bitte hilf mir doch einer. Ich flashe gleich raus. CT. Der ist immer noch in CT. Ich flashe. Nice, nice. Ja, let's go. Let's go. Kann sie fusing. Oh mein Gott. Ne, am Main kommt vier. Ein auf B, ein auf B. Nice, Max. Schöner Kill. Hab einen. Einer war Dish. Einer oben Dish. 1 zu 1 Trade reicht. 1 zu 1 Trade reicht. 1 zu 1 Trade reicht. Ganz viel. Ich höre hier ganz viel von mir. Ich gehe A. Ich gehe A. Sicher. Ich würde nicht einfach irgendwas aufgeben. Oh, 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 oh. Ich mach Ton. Wir sind hier in Main. Nice, Max. Ich hab ge-eat. Alles gut. Der 1-1 Trade ist gut, Bruder. Ja, okay. Wir können das noch schaffen, ne? Geh raus. Hinter dir kommt Deiner. Ich flashe. Ja. Ja. Oh, ich hab mich geflasht, oder? Nice, Ander vielleicht. Oh, was? Um. Bruder. Nice job. Ich sag mir, was ist anders. Ding ist am Boden, Digga. Lass mich reinpushen. Lass mich reinpushen. Weg zum Eck. Nice, schön. Sauber. Schön, Max. Schön gespielt. Sauber. Mann, Kilian. Ich muss. Ich muss. Die haben jetzt 4 Ults. Die haben 4 Ults. Die haben aber auch 4 Ults. Boah. Auf Tisch. Aber egal. Alles gut. Mach den bei Dich. Ich muss auch Ult, ne? Das ist sehr schlecht. Was? Was? Ich hab gesagt, wir pushen nicht auf. Max kackt in die Runde. Ich hab mein... Ich geh weg hier. Ich geh weg hier. Ich hab Ults gleich, ne? Wenn du vorgelaufen bist, geh mit dich rein. Das ist links weg. Ich muss jetzt rein, ich muss jetzt rein. Sauer. Einer ist Main. Huge. Einer ist Main, einer ist Main. Links von mir, links von mir Hinter uns Stark Nice Das war gut, das war richtig gut Hundertprozentig, also wenn die nicht süß halten, weiß ich auch nicht Hier haben wir Megan geflasht Ich geh mal früher ab, wenn es okay für dich ist Nein, nein, nein Hab nen Kill, hab nen Kill Die lurken, die sind kleine lurken Das waren zwei Das waren zwei Schau mal bitte Hallo Wall down Ich flash das bei dir rein, Killian, warte Das Spiel ist safe Wir können halt jetzt mit Timing CT kommen, ne Weil ich kann nicht B komplett halten Ich bin full flash Wir gehen gleich zurück Wie gesagt, mit Timing sind die CT Mit Timing sind die CT Ich geh zum Romata, bleib du hier, bleib du hier Bleibst hier, ich werd hier gleich reinpäuseln Schön Nice Go Nimm den Orb 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 Alter, was? Vier Runden noch? Ich ultier, ich ultier, ich ultier, ich ultier, okay? Ich hab halt Orben, ne? Das ist nicht so Ja Target destroyed, Target destroyed Einer ist bei meinem Target Hier rüber Einer ist schon durch, einer ist schon durch, einer ist schon durch SCT jetzt Ja CT, CT rein, CT rein, CT rein CT Einer ist in die Ultipeed Man Er ist oben drauf, auf deiner Ult Nein, ich hab's doch verkackt Ich hab's doch gehofft Er ist oben auf der Bombs liegen Einer CT Nice Nein Er ist noch CT, CT einer Andere, was zählt ihr dann? Ja, hast du den droppen gehört Nein Nein Achso, du meintest hier links Der war da oben drauf Ich bin Di3 auf dem Account Wo bin ich raus gerankt? Congratulations Di3 Di3 ist voll gut Max Di3? Du warst noch nie Ich war noch nie Di3 Mein Peak war Di2 Let's go Max hat die gleiche, als auch 50 Di3 wie ich gerankt worden Das macht so keinen Sinn, Digga Wir haben leicht gut gespielt, Diggi Guck doch mal auf das Scoreboard Max ist einfach immer in der Edo jetzt zu folgen wollen Ne, ich schwöre, wenn wir das gewonnen hätten, hätte er vielleicht Descendant schaffen können Hundertprozentig, wenn wir das gewonnen hätten Ja, vielleicht Ich glaub nicht, Digga Ich glaub's auch nicht Ich glaub's auch nicht Wie viele Punkte hast du, wie viele Punkte hast du gerade in Di3? 50 50 Ein Win mehr wäre Ascendant gewesen Nein, du bist immer Di3 50 Du wirst immer so eingerankt Du wirst auch Ascendant 51 eingerankt Ja, eben Di2, Digga, seid ihr alle dumm? Wir bringen mich morgen Ascendant, oder was? Ja, diese 50 Punkte sind dir eh egal, Digga Di3 ist ja perfekt Aber mach Di3, Digga Du musst Solo-Kilo Leute abfucken Mit 5 Games ist böse Ich dachte, ich werde viel, viel tiefer Wie viele Leute fühlen sich verarscht in deinem Chat? Nee, nee, hier Ich bin selber Di3 nach langen Grinden Und du kriegst es auf diese Weise hin Omega-Lull Feier das Projekt Aber Serum werde es weiterhin verfolgen Feels okay, man Morgen wieder Velo, Postchamp Was ist Postchamp? Ist das gut oder schlecht, dass morgen wieder Velo kommt? Gut, geil Gut, geil Gut, geil Gut, geil